Hey! Herzlich willkommen zu diesem Vlog. Wir sind in San Francisco angekommen, weil ich muss gucken, dass man hier die Kennzeichnissen sieht. Ähm, ja, und jetzt laufen wir gerade durch die Stadt. Oh, das sieht auch richtig schön aus. Ich versuche mich mal irgendwie so umzudrehen, dass man die Autos nicht sieht. Für uns ist einfach gar nichts. Ja, auf jeden Fall sind wir da. Und wir haben erst mal richtig schön da geschlafen. Ich habe gestern so groß geprahlt, dass ich ja keinen Jetlag haben würde, beziehungsweise schon ein, aber dass ich halt lange schlafen kann trotzdem. Ja, ich bin heute Morgen erst mal 20 vor 6 aufgewacht und war so, das ist mein Ernst. Alle anderen haben tiefes Fest geschlafen. Aber ich bin dann auch noch mal eingeschlafen. Und, ähm, ja, ich nehme mich heute einfach mit durch San Francisco. Und hoffe, dass es euch oben wäre. Ich hoffe, dass es euch gefällt. quasi mach-zerez-G". 3. Untertitelung des ZDF, 2020 Schau mal, die Ampel, die redet mit einem. Die sagt die ganze Zeit, wait, wait. Wait, 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 wait. Walk now. So, hier waren wir gestern schon, auf diesem Platz. Die Häuser sind so hoch, ich mache alles ein bisschen von auf dem Film. So, hier haben wir gerade unsere Sachen. Und wir haben Bilder gemacht. Ich glaube, wir können es ganz gut machen, wo wir da nicht umgehen. Also, irgendwie sieht dieses Gebäude wichtig aus. Hier ist noch eine Säule. Oh, da ist Tiffany oder so, ja, Tiffany. So, wir suchen jetzt erstmal was zu essen, nachdem unser Frühstück ein bisschen desaströs war. Ich weiß auch nicht, ob ich es mit reinschneide, aber das war echt nicht so lecker. So, wir sind jetzt mit so einem Bus, weil wir auf dem Hamburg fahren. Und schau mal, da ist Dyson. Was ist Dyson? Ja, ne? Und da leben ist so aufs Stil. Hier steigen gerade die Menschen in dieses Hebelkrawl ein. Und es sieht sehr voll aus. Wir fahren habe ich ja später auch noch. Aber interessant, wie die da so dranhängen. Da hinten kommt ein Hebelkrawl. Die sehen ja so krass aus. Okay, mir ist schon direkt eine Sache aufgefallen. Die Ampeln hier, ich war ja schon mal in Amerika, aber die haben immer so, wenn man stehenbleiben soll, und so laufendes Männchen, die sind ja überhaupt nicht grün. Und, ja, das verwirrt mich schon auf jeden Fall ein bisschen. Aber, das ist richtig schön. Und vor allem kein Vergleich zu dem Nebel gestern, den wir hier hatten. Ja, ich hoffe, ich kann euch einfach so mit den ganzen Videos ein bisschen mitnehmen. Ich habe jetzt nicht so viel zu erzählen, aber, ja, gefällt mir auf jeden Fall. Kann man mal machen. Also, da unten sind wir gestern angekommen. Okay, Leute, das schlagen auf den Hebelkass. Oh, wir gehen erst noch was essen. Oh, das ist der Burger King. Jetzt brauchen wir ein bisschen Scheps. Oh, wir gehen jetzt. So, also, hier waren wir ja gestern schon. Aber wir stehen immer noch in der Schlange. 60 Minuten soll das ganz wohl dauern. So, die nächste Bahn ist für uns. Irgendwie sind wir gefahren. Das war wirklich wow. Das ist wirklich eine krasse Empfehlung. So schön. Also, hier stehen so, so, so schöne Häuser. Und es geht einfach die ganze Zeit so hoch und runter. Und es macht richtig viel Spaß, so da draußen dran zu stehen. Und dann sieht man das Meer und die Hochhäuser. Und dann diese ganzen schönen süßen Häuser, die auf hier stehen. Also, so richtig amerikanische Häuser. Und es hat so viel Spaß. Also, das kostet zwar 8 Dollar, aber es macht echt eine ordentliche Fahrt. Und es war so toll. Und ja, jetzt gehen wir ans Meer. Ich gucke uns da mal an und dann geht es wieder zurück. Ich gucke uns da mal an und dann geht es wieder zurück. Ich gucke uns da mal an und dann geht es wieder zurück. Ich gucke uns da mal an und dann geht es wieder zurück. Und dann sieht's wieder wieder zurück. So was ähnliches. So, da war dieser Markt hier vorne. Das hier ist so ein mega riesiges Tor. Da hinten ist nur so ein fettes Militärschiff. Und da drüben ist diese Insel. Und da hinten durch, da war die Golden Gate Bridge. Wenn man da neben dem Schiff nochmal links gelaufen ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, 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 ja. Boah, es ist einfach so krass, wie die Wolken jetzt da sind. Aber kein Vergleich zuvor hin. Yup. That's me. Es ist einfach nur kalt. So wie gestern, als wir angekommen sind. Deswegen habe ich diese schnieke Kapuße an. Sieht komplett bescheuert aus, aber hauptsächlich. Das ist einfach nur kalt. Ja, 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 ja. Ich war so schlau, ich habe einfach in dem Souvidier-Shop einen Pulli gekauft und jetzt ist es mir warm und der ist echt schön, den gab es noch weiß. Ich hätte voll gerne weiß genommen, aber bei weiß wird es so schnell schmuddelig irgendwie und dann ist es nur noch so ein grau-gelb-weiß. Also, ja, deswegen. Leute, das ist ein Becker. Würde ich ja gerne mal probieren. Hier steht aber, was ist Sauorteig? Also hier ist es irgendwie was besonderes. Ja, aber ich glaube, die sehen recht gut aus, die Brote da unten. Das ist so eine alte Straßenbahn. Bus! Oh, ein Omnibus, Alter! Oberleitungsfahrt. Doch, eine Straßenbahn! Hier gibt es so Süßigkeiten ins Schwungeln. Ich wohne mal rein. Also ich finde das so krass, dass hier überall diese Schilder so krass beleuchtet sind. Also wie da oder da hinten. Hier ist auch so beleuchtet. Und es ist voll viel. Das war ein Baseball-Fans. Und das gibt es hier auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. poi everybody Also ich stehe jetzt hier mal wieder an der Kurs und es ist hier einfach direkt am Meer Es sieht richtig richtig schön aus Musik 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 So, also wir sind jetzt gerade mit dem Cable Cars zurückgefahren, da wo wir gestartet sind. Hier ist ja auch unser Hotel. Und ja, ich beende damit den Blog für heute. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich bin gespannt wie lange der wird. Ich habe so viel Material, glaube ich. Und ja. Musik Ich begrüße euch alle ganz gut und es ist wahrscheinlich morgen. Ich kam kurz danach, es ist so schnell dunkel geworden, jetzt wir waren einmal hier im Laden und es ist einfach dunkel. Und wir haben erst 10 vor 9, also joa. Bis der große Mittsommerzeit. Und dann hell. Bis zum nächsten Mal.